Aluminiumherz, Aluminiumherz, aber Kupfer ist hier auch oben, den kann ich abbauen, das habe ich auch. Bum, 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 oh, ups, bum, bum, ha, Aua, was hast du gehabt? Reiß Kupferbusch. Achso, dann muss er auch nicht drauf springen, das könnte Aua machen. ja ich will aber nicht mit meinen du solltest aber gleich mal was denn bin ich mit meinem hammer da dran so ein wenig vorgeschädigt ja stehe ich jetzt mal gar nicht hier sind noch büsche ja ich wollte nur ein bisschen besser ausleuchten irgendwie man hat hier echt scheiße ausgeleuchtet ich bin schon wieder voll ich sollte was essen warum lässt du denn die halbe kann ich nicht mitnehmen habe ich doch gesagt dass kumpfer erst schreibe mir an ich bin sensibel ja super sensibel lass mir nicht mal zu das fehlt mir einfach dann da schaltet man hier wird über dünn tschüss und dann das ist so gemein so doof kopf sagt einfach irgendwie tschüss auch keine sorgen die monster kommen gleich von da oben oh das war meine letzte fackel ich habe noch sieben ich sehe schon da unten ja ich muss erstmal fackeln machen jetzt wissen es lag dann geht es auch noch weiter ich habe keine lust mehr ich komme hier nie wieder never ever raus so ähm die stickmanns es sind die stickmanns ja ja die stickmanns achso bin jetzt da lang da lang oder da lang moment erstmal kohle erstmal braucht er kohle der höhle von der schale so nein keine kohle für den schleim ich höre den schleim ich glaube ich auch ich sehe den schleim wie nicht unten irgendwo toll jetzt habe ich das so schön weggeschmissen so schleimwelle die braucht man ja da wo wird es denn lang da 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 unten erstmal gibt es einer auf den schädel hast du gesehen? erstmal schön auf den schädel äh wir gehen einmal im kreis würde ich jetzt sagen ja das wäre hier lang achso ich will trotzdem ausleuchten hier zack als das im kreis geht ey guck mal Lava Faye ah die klappe guck mal Faye jetzt ist die Lava weg auf jeden Fall ein Teil davon auf jeden Fall ein Teil davon Lalalalalala Und dann wart ihr Da waren wir schon am Ende Jetzt der Hämmer Hämmer ÄH! Sag das Hämmer Hämmer und dann haut ihr einfach mir dein Eis in der volle Nase weg Ja weil ich kann nichts anderes doch mitnehmen und ich kann aber wissens nur Eisen mitnehmen Kannst Gohle auch nicht mehr mitnehmen oder mit? Ach da kann ich noch ein bisschen aber nicht mehr viel Ja die kannst du ja auch als Glückes decken Ja Obwohl hier war erstmal genug aber bringt mir ja nicht viel wenn ich äh Kaum Platz hab Den sparen aber Platz Ja aber ich kann nicht mehr viel mitnehmen selbst wenn ich die in Blöcke pack Achso Also holst du die nicht dann gib die wieder her Die nehme ich ja jetzt gerade die kann ich noch gerade eben einfach Die eine schauen wir aber nicht mehr Das wäre schon ein ganz skelett hier Die können von da oben kommen die musste aber nicht Der hat halt irgendwie eine blöde Blume von ihr mitgenommen Pfingstrose ist die von dir? Ja Ja Warum nimmst du die nicht mit? Ja wo wohin denn denn? Achso Ach so pack ich die ein Hm Haben willst Ja ich wollt sie ja haben aber ich hab Was sind die Hamburger jetzt hier? Ich hab keine Hamburger Hä du hast gerade gefuttert Ja Mais Ja das ist doch schön Und schmeckt der? Ja super Ja das ist doch schön Du Ich sterb wenigstens nicht Noch Du weißt ja gar nicht wie lange die Reise noch geht Boah ich töte dich Ah Hi Der ist immer so gemein zu mir Auf Vorsicht Aua Ja Ist der da? Der ist da Der Leut Da schießt der hin In deine Richtung Ja ja Ich bleib deswegen hier stehen Dann kannst du dann vielleicht besser Da ist noch einer Hm Sieht ja fast aus wie ein Spawner Aua Na Oh 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 Hallo kleiner Mann Komm Ach nö mach doch nicht die Fackel aus du Arsch Du kleiner haariger Fusselpopf Uh Ich bin erschrecken Ach nö mach doch Ich bin echt sehr Dazu noch mal Kierungen damit wir wieder hoch zurückfinden den Weg Nee gut Haala War eben so Da Ich bin echt Ich bin echt wieviel kohle es gibt. oh ganz viel redstone. redstone erz? ja ich glaube so. ich kann es gerade eben wieder einpacken. das ist ganz gut. ich glaube das heißt redstone erz. meine redstone brauchen wir ja echt massig. ach nö da geht es ja auch. da geht es nur ein bisschen in die andere. da geht es. oh ich habe keinen. kann ich eh nicht mitnehmen. hallo mein kleiner mann. ich würde mal sofort schreien muss. ich gehe mal ventilieren nicht. keine Fackeln mehr. achte mal welche. kohle sollt ihr auch. war ja alles in meinem Rucksack. du hast ja Kohle jetzt gesammelt. ja ohne Holz. ja der will mit. es war in meinem Rucksack du moos. ja man holt sich doch bevor ich einen teleportiere. wo soll ich denn. ach so. jetzt sind wir immer im kreis gelaufen. hey. da sind wir direkt mehr rausgespawnt. ja redstone und so kannst du alles was so. einzeldinger gibt. also keinen ganzen block ergibt. auch die diamanten hier die gerade liegen. haben wir einen scherz. ja auch die. schön wert gelesen aber. aber das wäre jetzt kein mein gewesen. wieso. ich habe mich gefreut. ja super. mhm. mhm. der eh schon viel mehr hat als ich. was habe ich denn jetzt gerade dahin gesammelt. ach lapis. ich habe einen lapis gerade mitgebracht. der jetzt schon viel mehr hat als ich. ich habe ja auch viel mehr gespielt als du. ja wann soll ich denn auch noch. weißt du wie du. ich weiß gar nicht. wie heißt denn das. wie du als du. du. du du. du. nee ich brauche doch. äh alter, lasch doch nicht da drüber. also hier geht es eigentlich auch noch. mir viel zu viel hier geht's überall entlang wo hast du denn jetzt die markierung gesetzt achso da drei drei direkt auf der stufe ich hab da extra eine stufe wenn ich muss mal eben was essen muss mich ärgern ach ja kommt um das eine noch aufzufüllen geht schon was bitte kannst mich mal gern haben aber ganz gewaltig aluminium herz okay das soll ich vielleicht nicht unbedingt auch da geht's auch noch okay wir machen jetzt ganz schlau so hast du halt gesehen jetzt bloß nicht schubsen ich bin ja kein arsch ich hätte dich jetzt voll eiskalt reingeschubst ja weiß ich warte vorsicht 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 weiter will nicht mehr Achtung 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 wird ein bisschen dunkel wir sollen gleich ausleuchten das Wort jetzt kann ich auch mitnehmen ne kannst du nicht doch kann ich wohl Lass es mich doch machen vielleicht die wahrscheinlichkeit höher so doch mal mehr kriegen ähm da kommt ein zombie ja ich dachte du wolltest das jetzt holen das Zeug ja warte das ist doch naah scheißen dreck das war jetzt hoch oder hier lang genau da hinten geht's weiter äh aua 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 zombie invasion zombie invasion oh oh sorry was läufst du mir denn genau davor du Pappnase oh bist du dämlich ne das hat damit nichts zu tun du bist voll dämlich so wo ist das oh glacker was glacker bist du da wieder ja irgendwo am spawn äh Marsch der Welt ich hab dich doch hä so ja ich bin hier ahja sorry ja du ranntest direkt da hin äh da wo die ganze Zeit am schlagen war macht man noch nicht äh ich war ich hab da glaube ich äh achso ne war noch ein Urlaub ich dachte gerade jemanden ich hab da glaube ich drei oder vier Viecher ja schon gekillt gehabt also keine ahnung was du wolltest da drei oder vier ich hab davor auch welche gekillt die noch nicht so viel da muss noch nicht so viel mal ein schwert hin jetzt sammeln genau kommt nach und springt direkt in die labe ich würde sagen es ist eiskalt irgendwo reingefallen nein ich hab's gekehlt du jetzt weit weg da wo es die diamanten gibt so hoffe ich hier ist ja noch ne deine fackeln wir können labern Prozent Prozent wenn du jetzt hin ach da nach unten um schon wieder ein Skelett komm her du blöd Mann du kommst ja einen nach ne dann komm mal Huba ich wollte das selber machen ja dann schimpfst du wieder ne ich denk ja immer wenn du in meiner Nähe bist komisch Nein Nein Fick die Wand Fick die Wand Alter Fick die Wand Alter Fick die Wand Fick die Wand Fick die Wand Fick die Wand Fick die Wand